moin moin meine lieben leute und willkommen zurück zu luigi's mansion 3 wir befinden uns immer im spukschloss und wenn man auf die karte guckt sind wir dicht vorm ja ich glaube sind dicht vorm boss wie man sieht noch ein korridor und dann sind wir da das heißt wir werden das jetzt mal in angriff nehmen los geht's okay die wird ein bisschen gruseliger was versteckt hinter und jetzt nicht wirklich gerade alle weg hier auch mal eine kleine falle zwischendurch die haben wir die weg holt das nicht das herz ist ein großer weg ein ganzer boden voll mit schätzen wo sie gesichter war das gerade eben war das noch gar nicht da kann dass man rausgeht da kommt man das sehen wie frech ist das denn ok oh jetzt sind wir da beim boss ich bin gespannt weil ich den besiegen kann ok hat aber die zielschreiber vorne drauf wir haben keine fans auf unserer seite wie man sieht ok 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 ah nein da schießen wir was macht er mit mir oh oh gott oh ja 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 ho Wir versuchen mal zu laugen. Ah ok warte ich kann ihn da mit treffen glaube ich. Ah ok warte ich darf doch nicht vorbeilaufen muss doch vorbeilaufen wenn er kommt oder sehe ich das falsch ich glaube es ist so. Ah jetzt pass auf. Nein. Zu spät. Oder kann ich den Pfeil einsaugen. Kann ich den Pfeil auch einsaugen ich weiß es nicht. Kann ich den Pfeil. Kann ich den Pfeil einsaugen. Ah ok warte ich habe noch eine andere Idee nochmal. Kann ich den Pfeil einsaugen. Kann ich den Pfeil einsaugen. Aber wenn er auf den Zuge rankommt. So. Nein. Jetzt aber. Das drehe ich um. Ah. Nein. Es war zu spät. Muss ich schneller sein. Ah so geht es. Ok. Entlässt die Deckung runter wenn er auf den Zuge rankommt. Ich habe leider auch keine Knochen mehr. Das heißt. Wie fällt das mit deiner blöden Rüstung. Leben schreiten wir auch noch schnell. Ok. Dann sind wir schon schneller geworden jetzt. Ok. Ab dem Leben. Schönen wir auch. Nein. Ich habe mich nicht blitzen können. Wollte ich blitzdingsten. Das klappt ja nicht. Wollen wir nochmal leben? Ja. Komm mal her du. Blitzdingsten will ich nochmal. Nein. Jetzt geht es spät. Ok. Ok. Aber wir kriegen es nochmal. Oh. Ich habe gewischt. Oh. Ich habe ihn noch erwischt. Ach man. Ich hätte ausweichen sollen. Das war dumm. Mist. Ok. Nochmal. Ok. Ich muss nochmal probieren. Ah. Schreib mir dir. Oh. Ich werde gerade wahnsinnig. Oh. Das ist doch beschissen. Also ab und zu. Das ist echt nicht so. Cool. Steuerbar. Aber ich denke aber so. Das nervt mich das wirklich. Ich bin zu dumm für die Steuerbarkeit. Ich weiß es nicht. Oh. 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 ist das unglaublich! Gefällt dir das? So der hat noch viel erideen… die er mit mir machen will. Schauen wir an. Jetzt kriegen wir das jetzt unser ganzes Leben wieder. suitable, nicht schlecht. Oh, ich hatte ihn fast erwischt. Aber eben nicht ganz. Fast ist nicht ganz, ne? Ja, ja, hier sind seine Pfeile. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ist so schnell. Und? Ein Zeigrufe. Gefällt dir das? Ah. Okay, es geht nicht. Was ist denn so gut, wie denn? Ich verstehe dich für dich. Was genau das getan, was das Volk erwartet. Ich bespaße den Pöbel. So, komm her, du Wicht. Witzig, wie ein Gesamtwerden, ne? Yeah, ja, komm, ich bin euer Gladiator. Yes! Super, ja, Luigi. Wenn dann, er ist kein Luigi. Da haben wir ihn. Nummer 7. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. So süß, ne? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich glaube, wir müssen hier noch mal in den Längen. Ich glaube, wir müssen mal bei uns einen guten Typen vorbeischauen und was kaufen. Ah, hier geht's längs. Oh, hier. Jetzt kann man wahrscheinlich diese Tür raus, die ich am Anfang gesehen habe, wo ich nicht genau wusste. Warte mal. Wo ich nicht genau wusste, was die Tür sollte. Genau. Habe ich schon gedacht. So. Und ab zum Vorstuhl, ne? Hä? Hier kommen wir denn da jetzt nicht durch? Ja. Ich komme mit, warum ich ihm nicht durchgekommen bin, wenn ich mir gerade gefällt. Das war ganz clever. Warte mal, du bleibst da. Ich muss ihn hier drüben hinhaben. So mal. Ah, los. Ein. Du hast es gesaugt lassen. Perfekt. Sehr gut. So, bevor wir den Knopf einsetzen, benutzen wir mal, dass wir ins Labor kommen. Möchtest du den Labor aufsuchen? Zum Labor. So, dann können wir direkt zum Labor. Und können nachher wieder direkt hier anfangen. Das ist natürlich ganz gut. Hallo. So. Ach, Luigi. Wie viel Geld hast du denn, bis der so alles gesammelt wirst? Wo du schon mal da bist? Solltest du alles mitnehmen, was du kriegen kannst? Möchtest du mit ihr reden oder möchtest du einen Blick aufs Protokoll werfen? Reden. Wie du weißt, ich bin eine Führerin Autorität auf dem Gebiet der Geisterforschung, Luigi. Und hat das Schick zusammengebracht. So ein Glück. In diesem Sinne. Geh los und fang. Okay. Möchtest du... Ich möchte aufhören. Ich möchte was kaufen hier. Da. Shopping-Netzwerk. So, wir nehmen mal so ein paar Knochen mit. Ich kaufe, glaube ich, auch mal so ein Buh-Hu-Finder, warum nicht? Wieso haben wir das Geld, ne? Nein. Gold machen. Klar. Sicher ist sicher. Vielen Dank. Wir wollen jetzt zurück. Perfekt. So, Leute. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ähm... Oh. Sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Hallo. Oh. Oh, ja. Haha. Yeah. Mhm. Oh. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah.